Ich gehe nach Gießen nächstes Jahr. Vorher will ich aber nochmal Danke sagen. Danke an Leverkusen, danke an alle Fans, Sponsoren, Teammates und vor allem auch die Coaches. Ich habe super, super viel gelernt und ich hatte eine super glückliche Zeit. Sehr erfolgreich, wir haben viel gewonnen und genau das Gleiche möchte ich auch mehr nach Gießen. Wir wollen gewinnen, wir wollen einen Wiederaufstieg in Gießen schaffen. Und ja, es ist wieder eine Mission. Für zwei Jahre bin ich in Gießen, ich freue mich drauf und hoffentlich feiern wir die gleichen Erfolge.